klettern wir mal darauf wir müssen ja gucken was an der stelle ist ob da irgendwelche blöcke sind hochschießen muss die hochheben muss und diesen abknallen muss sehen wir ja dann gleich lasst ihr zeit link ja komm blut und zieh dich mal kurz zu aufpassen gar nicht macht es heute nach dem stärksten was passiert eigentlich wenn ich die abschieße grundlegend gar nichts das hat eine ewigkeit dauert bis sie kaputt sind nähe oder wegen dem blutmund ist der typ jetzt wieder da kacke ist das denn bitte kriege ich denn da irgendwas aus metall was ich mitnehmen kann oder nicht moin sinds ja also die hinter mir besiegen ist ja irgendwie klar aber die da vorne ist ein bisschen schwierig zwei felix einen wunderschönen guten tag und hier habe ich natürlich sensationell daneben geschossen einfach episch sagt mir jetzt bitte nicht ich muss da hinten so einen von diesen steinen holen diesen metall riesen klötzen damit ich hier diese typen hier besiegen kann aber es sieht schon fast danach aus ich wüsste jetzt auch keinen anderen weg lohnt sich das spiel ist das eine scherzfrage das so als würde ich dich jetzt fragen lohnt es sich zu atmen natürlich lohnt sich das spiel ja schöner frame drop ich habe gedacht die switch frame drop nicht mehr ach manno dann kommt man mit keine ahnung ob das der richtige weg ist wenn es so wirklich so ist dann ist es echt mühselig und asozial aber machbar dadurch dass es dass ich so vorankomme halt kann ich mir gut vorstellen dass ich das wirklich so machen muss in dem moment einfach mal so ein paar steine mitnehmen lauf einfach mit dem anderen durch einfach durchlaufen wäre wirklich die option in dem moment ja gut jetzt habe ich die mitgenommen ist auch in ordnung so allen haben dann auch noch richtig kohle hier die gegner zu besiegen also ich nehme die jetzt einfach mal mit so ich meine es bringt richtig kohle die erze freizulegen lalala sterbt einfach bitte okay werden wir die mal kurz da ablegen den brocken nur wo hat die wohl nicht gehört mal wieder so gehen wir mal kurz hier rauf jetzt gilt noch notes und w auf au in mal mal interes auf auch in auch hier aber Boi. Jetzt rutsche ich gleich in eine von diesen Strahlen rein, ne? Ha. Okay. Ich bin die ganze Zeit jetzt so still, weil es irgendwie, äh... Ja, keine Ahnung, ein bisschen mühseliger ist. So wie ich es hier versuche. Und das scheint ja wahrscheinlich nicht so ganz der richtige Weg zu sein. Ist natürlich schön, dass es mehrere Wege gibt, die ans Ziel führen. Aber mein Weg, den ich jetzt gewählt habe, ist wahrscheinlich der längste, ne? Gut, komm mal, ja. Mein Freund. Ich nenne mich jetzt einfach mal meinen Freund Juno. Wir sind jetzt best friends forever. Ah, jetzt einfach mal entschieden. Da, 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 da. Und er kommt auch noch weiter hinterher, das ist schön. Jetzt sagt mir bitte nicht, dass der Block weg ist, den ich eben hier hingelegt habe. Also der Block, den ich eben hier hingelegt habe, ne, der ist übrigens weg. Toll, ey. Ah. So geht's auch. Gut, dass ich den da runter geprügelt habe. So, komm mal her. Du da oben. Komm, komm her. Komm her. Ich glaube aber noch nicht, dass es der letzte Schuss ist, oder? Es waren nämlich die letzten Male immer vier. Aber das wäre cool, wenn es der letzte wäre. Voll drüber, ne? Ne, doch. Okay. Doch getroffen. Eine Station höher geht doch noch, oder? Nein, du kühlst ab. Also, gut geht's. Nein, Herr. Die hay danckene Foto. Ja, aber ungefähr wird er passiert. Er ist zurück in den Krater geflüchtet. Das ist deine Chance. Jetzt oder nie. Das ist deine Chance. Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte eingezeichnet. Ich habe nie die Hoffnung verloren, dass du dich mal hier blicken lässt. Du bist sicher hier, um Rudania von Ganon zurückzuholen, oder? Dann musst du zuerst mal die Karte in die Finger kriegen, die den Aufbau des Titanen zeigt. Das ist der Leitstein, der die Karte enthält. Das ist der Leitstein. Das ist der Leitstein. Das ist der Leitstein.